Herzlich Willkommen zu Bioshock, einer weiteren Folge. Wir fangen in dem Apartment von Sushon an. Wir suchen... Ach, da kommt schon der Erste, der hier sterben möchte. Stirn! Ach, Mensch. Die werden auch immer besser und resistenter, die Deppen. Hey, Hände hoch! Hände hoch! Oh Gott. Da befasst man sich kurz einmal mit Hallo sagen und wird dann schon getötet. So, wir suchen hier schnell einmal alles durch. Wir wollen jetzt nämlich... Oh, das nervt ja echt. Welche Blechdosen? So, schnell einmal hierhin. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Skinner-Boxen, Elektroschocks. Was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa-Konstriktor. Heute bekommt Sushon von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. So, wir haben ein neues Tonikum bekommen. Clever Inventor. You Invent Stations sind ein Wunder der modernen Technik. Und jetzt brauchen Benutzer sogar noch weniger Rohmaterialen, um das benötigte Objekt herzustellen. Es ist keine Zauberei. Es ist Clever Inventor. Das lagern wir auch ein. Das braucht kein Mensch. Bevor wir das gleich annehmen. Guck noch mal schnell einmal hier an. Das hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt benutzen müssen. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokus-Pokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nr. 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tenenbaum. Und Zushong wird sich wohl daran halten. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Zushong. Er hat die Charge Nr. 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollos-Fair. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken tragt, muss ich das im Auge behalten. Hoffentlich ist er nicht zu wenig böse auf mich. Ich bin nicht zu wenig böse auf mich. Oh, es ist bestimmt eng. Das ist aber knapp. Ich dachte, ich habe es auch nicht so gut. Ich habe meine... Danke. Danke. Meine Güte, es ist immer gut. Mensch. Die Gefichte. So. Jetzt sind wir hier so... Hallo, Männer. Ihr wisst doch, dass Volk von 10 Frauen den Spassdienst bevorzugen. Warum zugucken? Die neuen Plasmide der Sportsboost Edition macht dich zu dem Hengst, der du schon immer sein wolltest. Komm zu einer 2-stündigen Gratis-Progeanwettung. Ich bin zum Kotzen hier. Aber hier war noch 10 Baum. Nee. Das habe ich gar nicht gesehen, du scheiß Kerl. Also langsam. Ich habe immer noch drüber nachgedacht. Jetzt schieße ich hier jeden an. Ich habe hier immer noch jeden... Also ich habe wirklich geguckt, wo ich bin. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Brunnenstange ordet, sich gescheffert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht wird er sicherstellen, dass die Brunnenstange nicht nochmal in seinem Gewüsebeet aufkreuzt. Fünf, sieben, vier, vier. Das reicht sehr gut gebrauchen alles. Da ist nichts drin. Nicht drin. Achso, ich bin ja schon wieder Geld. Ich regiere schon wieder die Welt mit meinem Geld. So, zack. Können wir aber nochmal einmal hier gucken. Ich bin doch alles mögliche an Heilung erstmal auf. Ich bin doch noch ein bisschen Geduld. Sieh sich einer dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nichts. Ich scheiß dich zu dir auf. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Ja, so kann es einem gehen, wenn solche, ähm, Entschuldigung, solche dämlichen Leute kommen. Es ist unfassbar. Ja, von der Gesundheit her. Ah, diese dumme Maus, ey. Wartet mal kurz. Diese dumme Maus. Ich kann gerade überhaupt nicht, äh, ordentlich spielen. So müsste es allerdings wieder gehen, so. So, und nun? Das weiß ich leider nicht. Du machst mich nur ganz schön kaputt. So, muss ich wahrscheinlich da rein in den dummen Turm. Ich habe ja gerade eben das, äh, genau, ich habe ja das, ähm, den Code bekommen. Äh, ich würde nur sagen, bevor ich jetzt wirklich hier draufgehe, werde ich nochmal... Ich spiele unmöglich momentan. Ist das Portemonnaie etwas zu dünn? So, ich würde nur sagen, wenn ich da draufgehe, werde ich eigentlich nicht mehr probieren. So. 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 Ich bräuchte mal so ein ganz kleines bisschen, ähm, achso, Hacken als Verbandsköstmöbern. So, Verbandsköstmöbern. So. Puh. Jetzt kann ich erst mal weitergehen. Ich weiß, was du vorhast. Weil Geld kriege ich ja hier in Hülle und Fülle, da brauche ich jetzt ja nicht, ich glaube, sie hatte sogar noch ein bisschen was einstecken, also das Problem habe ich nicht. Steht ja da, der Code? Nein, natürlich nicht, das heißt, wir müssen einmal nachgucken. Ich weiß gar nicht, wo. Ich glaube, hier. Fünf. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Brunnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Brunnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Hä? Achso, wir bewegen uns nach oben. Aber du bist nicht wütend. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung. Aber du bist hier wahre Retter. Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun. Diese Ertragung ist ein Nichts! Ein Niemand! Wer hat die Kippen? Ertragung ist ein Schicksal. Ertragung ist ein Schicksal. Ertragung ist ein Schicksal. So, verstecken. So, haben wir jetzt ja weiter. Das ist echt scheiße. Eigentlich wollte ich die, ähm, ich wollte sie eigentlich hacken, aber naja, dann geht's mal weiter erst mal. Ich werde diesen Ort vermissen. Das ist hier noch irgendwie so eine andere. Hier muss ich hin, okay. Okay. Steck in bank. Okay. Okay. So, das hängen wir mal einmal fix. Ich muss nachher auch noch zu einer Hochzeit, naja, so. Das ist okay, das kann so bleiben. Na, bezaubernd. Bezaubernd! Und ich freue mich! Hohoho! Zack! 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 Das ist dann ja egal. Fertig! Achso, ich hätte auch gar nicht darüber hüpfen müssen, sondern ich hätte auch einfach nur, ähm... Hä? War hier nicht noch irgendwie so ein geheimes Geheimversteck? Zack! Das ist ein bisschen super schwer, so. Verdammt! Oh, das ist stressig. Das ist echt stressig gerade. Gibt sich einen nach da, nach da, nach da und so, zack, einen noch runter, 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 runter und jetzt noch da noch einen. Nein! Nein! Es gibt den nicht! Fuck! Was mache ich denn jetzt? Ein, so, ein... Gibt es nicht. Okay. Puh! Puh! Dann bleib doch da! Dann bleib doch zu, Mann! So. Ich habe schon gesehen, wo wir hinmüssen, aber ich dachte, wir müssen hier noch irgendwie was machen. Oder war das in einem anderen Teil? Ich glaube schon in einem anderen Teil war das. Hier sieht es ja wirklich gar nicht so aus, als könnte man noch irgendwie was machen. Ja! Ja! Jawohl! Das Präparat wirkt! Die Auswirkungen der mentalen Manipulation sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten, dann können wir die Schäden analysieren. Ach nee! Warte noch! Okay. Ja! 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 Haben wir es schon alles fertig gemacht? Nein! Ja! Ja! Ich werde ein Robi mitnehmen. Wo ist denn der Robi, Roboter? Hä? Ach der ist da. Na dann wollen wir mal. So, dann haben wir auch einen Roboter, haben wir auch, hier geben wir mal ein bisschen Geld aus, beziehungsweise ich glaube da kommen wir nie wieder hin. Haben wir den überhaupt, den Roboter gleich noch? Ich weiß es nicht, Mann. Wir müssen auch noch zum Gatherers Garden, das habe ich noch auf dem Schirm alles. Oh ne, das geht hier ab. Stift im Mund gehabt. Das interessiert uns aber alles gar nicht. Wir gehen jetzt erstmal weiter irgendwo wo es ein bisschen ruhiger ist. Soweit ist ja alles fertig. Einmal zum mal reinpratzeln. Das ist gar nichts. Sohn. 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 Habe ich hier denn schon mal irgendwie was. Ach ich muss. Ach die habe ich schon gerettet. Sehr gut. Dann brauche ich das erstmal nicht mehr. So. Allerdings sind wir jetzt wieder beim Ende. Wir haben 20 Minuten voll. wieder zurück. Ähm. Ja. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.